Servus Leute, ich war richtig lucky beim Looten. Ich habe eine Blue und eine Green Key Card innerhalb von 5 Raids gezogen. Einmal eine Blue von Karban und auf Customs dann von den Guns und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Mehr oder weniger gespoilert ist es eh schon über Thumbnail, deswegen nehme ich es mal ein bisschen vorweg. Aber die zwei Raids, wie ich die Karten dann rausgeschwitzt habe, habe ich euch hier in das Video gepackt. Ich bin übrigens leid zur täglichen Life of Twitch, Twitch.tv slash Ausdatter. Würde mich freuen, wenn ihr euch vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Foto da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Schauen wir nach oben, Kommentar unter dem Video. Und jetzt viel Spaß. Überhaupt nicht. Servus. Das einzige, was ich bei dem mitnehmen würde, ist sein Level 12 Doctag. Kann man halt vergessen. Oh, nett. Danke. Bitcoin finden bin ich einfach Profi, was soll ich sagen. D, wir bauen auch noch. Okay. Bilde Nummer. Der hat ja aber auch ein Gottvertrauen, ne. Ich habe halt daneben geschossen den ersten Schuss und er ist trotzdem weitergeschlichen, also. Das ist ja aus alles Knorkel. Ja, Bitcoins finde ich irgendwie sehr, sehr viele. Hey, Janine. Selbst Schachbrett. Na, schau mal. K-Bahn sollte da sein. Ja. Es ist alles gehofft. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das war jetzt mal wieder Karban killen aus dem Bilderbuch. Irgendwie habe ich das Gefühl, da kann nur noch die PKM und PKP haben. Kann das sein? Das ist nicht gut. Das ist eine Blue-Wert. Was ist eine Blue-Wert? Die dritte Keycard, die er mir diesen Vibe gibt. Dritte. Ich sollte mal den Geil dazu machen, ja, ich denke auch. 26 Millionen, ja? Wupp, 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 wupp. Gemma. Gemma. Teuerste Keycard, die ich diesen Vibe gefunden habe. Gemma, Gemma. Gehofft. Ah, das ist eher so, das ist ein Fall für YouTube-Shorts. Hallo TikTok. TikTok. Er hatte schon eine Yellow für mich, er hatte eine Black für mich und jetzt hat er eine Blue für mich. im Prinzip einmal den kompletten Regenbogen. Ach du lieber Gott. Meine Fresse. Ist hier Ruhe, ja? Noch kurz sieben Scaps erledigen, die hier den Exit bewachen. Sie wissen, dass ich eine Blue einstecken habe. Hätte er mir jetzt einen Headshot gegeben mit seiner SKS. Ei, 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 ei. Einmal alle Keycarden von Carbon, ja? Let's go. Let's go. Schöne, schöne Blue Keycard. Ich hoffe, es hat jemand geklippt. Level 11 bis 30, der Arme. Ja, erst mal Carbon im Bilderbuch nachgekillt und eine Blue Keycard gelootet. Auf geht's. Und ein Bitcoin haben wir auch noch, ne? Clips von mir, dass du immer pausten, natürlich. Gönnt euch. Ähm. Ja, geht mal richtig. Erst mal Richtung, ähm, von Nox. Der erste nur auf Streets, ja. Das wird so ein Exit auf Streets sein. Keine Ahnung. Das wird, das wird eine interessante Erinnerung. Das wird es dann, denke ich mal, auch auf anderen Maps geben. Aber erst mal nur Streets. Ja, finde ich eine gute Idee. Ja, das werden sie schon alles anpassen, auch mit Raidzeit und so. Da bin ich mir sicher. Aber das ist halt schon eine gute Sache, man kann halt einfach hingehen, man weiß, da ist noch ewig viel Loot. Einmal Loot abgeben und dann weiter looten. Bringt nochmal eine ganz andere Dynamik rein, finde ich. Oh, oh! Oh. Uns. Der schlimmste ist tot. Boss Respawn hat er gesagt. Okay. Nice. Boss Respawn hat er gesagt. Nice. Das ist auch hier sogar. Jetzt hören wir auf. What the fuck. Jetzt hören wir auf. Die zweite Keycard heute. Blue und Green. Okay. Alright dann. Beginn. Scheiße. Okay. Okay. Scheiße. Zwei Keycards an einem Tag. Let's go. Blue und Green. Okay. Richtiger Lieferservice, ey. Der hatte die Blue Caban. Okay. 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 Ja mit Keycards läuft es heute auf jeden Fall. Okay. Okay. Danke schön, Gothro. Ich will ja, dass sie offen sein. Jawoll. One over. So einen Lack mit Keycards hatte ich noch nie. Krass. Was gab es zu futtern? Eine Blue und eine Green. Mehr als verdoppeltes Geld. Das sind 75 Millionen, die ich heute gelootet habe. What the fuck. Ich habe innerhalb von fünf Raids jetzt eine Blue und eine Green Keycard gefunden. Ich habe gerade die Goons fertig gemacht. Ich habe gerade die Goons fertig gemacht. Leute. Macht mal Hallo YouTube. Komm. Macht mal Hallo YouTube. Vielleicht bringen wir das doch auf YouTube mal, oder? Was sagt ihr? Hier. Ich habe es gefunden. Ich habe Karban gekillt. Ich habe Karban gekillt. Er hatte eine Blue dabei. Und jetzt habe ich gerade die Goons auf Customs gekillt. Und ich weiß gar nicht. Ähm. Night hatte die glaube ich da. Night oder Big Pirate hatte die Green einstecken. Richtig krass. Ich hätte vielleicht auch noch die Tasche von, äh. Von Dingen durchsuchen sollen. Aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Auf geht's. Auf geht's. Naja. So. Green Keycard. Gönn ihm. 39 Millionen. 1,4 Gebühr. Gib ihm. Ich werde glaube ich jetzt gleich bei Beastie geflaggt, ey. To get away. To see you again. See you again. Been fighting, please. To get away. To see you again. See you again. See you again.